Hi, ich bin die Brüller und die Apothekentour ist nächste Woche in München. Mit dabei sind unter anderem 20 bekannte Hersteller. Für Essen und Trinken ist bestens gesagt. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. Bis bald! Wir sind auf der Apothekentour, um zum Thema E-Rezept zu informieren und natürlich nach der Pandemiezeit auch endlich mal wieder Präsenz, Kunden zu treffen und Geschäftspartner zu treffen. Alles andere als klassische Messe, super cooles Format hier, macht Spaß und es ist wirklich super, wie man hier einfach direkt das Feedback bekommt. Ansonsten bekommt man Feedback aus dem Customer Support, immer wenn es schlecht läuft. Und hier hört man einfach auch Leute sagen, hey, das ist super, das hat Spaß gemacht. ino Bis zum nächsten Mal.